Hier in Deutschland weißt du, Fahrrad fahren nur mit Helm, falls was passiert. Bei uns in Polen anders. Fahrrad fahren nur mit Promille, Kurva. Da ist Warnhinweis von der Regierung rausgegeben worden. Weil wenn du 5, 6 Promille hast und hinfällst, Kurva, da überschlägst du dich ein paar Mal. Das normale Gefühl dreht sich sowieso alles. Und du bist so entspannt, locker, fällst du nicht so hart. Da besser, ja? Also immer wenn du Fahrrad fährst, lieber besoffen, ne?